Ähm... nur die da. Da komm ich nicht hoch. Das wär da... Da ist ein Haken, aber da komm ich nicht hin. Ja, natürlich nicht. Brauchst du nicht erklären. Das war klar, dass ich da nicht hinkomme. Ne, da auch nicht. Komm ich von da irgendwie da rüber? Also, sorry, aber ich seh's gerade nicht. Das heißt, ich bin nach da oben... Ich... könnte nach da oben, aber es bringt mir nix. Das heißt, es hat überhaupt nix gebracht, dass ich da nach oben gegangen bin? Willst du mich veralbern? Ah gut, wir können uns da anschleichen. Gibt's hier nicht irgendwas? Ne, gibt's nicht. Also, so komm ich über die Mauer rüber, aber... Hm... Gut, wir gehen mal da hin. Ich speichere mal schnell. Wir gehen mal da hin und schauen mal, ob wir da irgendwas gebacken kriegen. Seile langhangeln kann ich nicht, ne? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, dann düse ich mal da hin. So. Gut. Und auf Wiedersehen. So. Keine Wache mehr. Auf der Seite. Das ist auf jeden Fall schon mal ne gute Geschichte, aber... ähm... Nicht ganz der Sinn von der Aktion. Wie gesagt, irgendwie würde ich ganz gerne da rüber kommen, aber ich komm hier nicht rein. Ich komm nur raus. Das heißt, ich müsste da unten... Ich müsste bei den Wachen da unten vorbei. Tak, zack, zack. Also ich kann hier hoch, hier hoch, dann kann ich da rüber. Komm ich da rüber gesprungen? Ne, da komm ich nicht hin. Ich komm ja nicht mal da hoch. Dann kann ich mich hier im Gebüsch verkriechen darüber, da hoch, da rüber. Oder da hoch. Da sind auch wieder Schneespuren. So, ich könnte hier zurück. Könnte ich da hoch? Hier ums Eck. Raus komme ich aber nicht. Nee, raus komme ich nicht. Das heißt, ich müsste hier reinlaufen. Dann müsste ich darauf warten, dass die Jungs darunter laufen. Dann könnte ich da hinlaufen. Die würde mich aber sehen. Das heißt, ich müsste da unten langlaufen. Hier hoch. Darunter. Dämliche Aktion. Echt super dämliche Aktion. Ich bin extra da hoch, weil ich gedacht habe, da oben geht es weiter. Also hier. Aber ich komme hier überhaupt nicht rein. Oder ich sehe es nicht. Ich bin gerade echt blind. Also ich kann jetzt... Naja, ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt außen rumlaufen, aber kann ich auch nicht. Hier steht ein Wagen im Weg. Ah, Mann, Mann, Mann. Okay, da komme ich nicht hoch. Da kann ich später raus. Das ist der Punkt. Ich kann da später raus, aber ich kann da nicht rein. Oh, Mann. Oh, Mann. Finde ich jetzt ja schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hatte echt gehofft, dass es mich echt rausbringt. Okay. Das heißt, ich muss hier wieder rein. Ich muss hier wieder nach hinten, damit ich mit dem Wagen wieder zurück kann. So. Also laufen wir erst mal dahin. Speichern. Der kommt zurück. Dann laufe ich hier zurück. Wenn er sich wieder umdreht. Wenn er sich wieder umdreht, dann laufe ich hier wieder hoch. Also jetzt ist es an mir vorbei. Schön. Ich gehe. Gut, der Typ ist auch wieder an mir vorbei. Was sieht er? Nur Grütze. So, er geht da hin. Ich bin froh, Mann. Ich bin froh, Mann. Okay. Die guckt dahin, die guckt dahin. Das heißt, sobald die Wachen da weg sind, kann ich eigentlich hier hinlaufen. Wo ist denn eine süße, kleine Yuki? Hey, Yuki. Yuki, Yuki. Okay, gut. Kann dahin. Kann dahin. Zack. Was ist mit denen da? Ja. War klar. War so klar. Gut. Wo sind die Wachen? Hey, kommt ihr mal. Da. So lange die unterwegs sind, können wir ja ein bisschen speichern. Ein ganz kleines bisschen speichern. Die laufen da hoch. Die laufen da hoch. Gut, dann würde ich da hinlaufen. Da runter. Da rein. Aber wirklich ganz nah an der Sichtgrenze. So. Zack, zack. Die sind gerade weg. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. Da hingehen. Hier hoch. Zack. Und da runter. Wunderbar. Sind wir wieder im Busch? Speichern. So. Da hinten kommen die Wachen wieder. Da ist die nächste Wacheinheit. Wo gehst denn du hin? Und wo gehst du hin? Da gehst du hin. So. Wir gehen hier zurück. Und. Ja, das ist voll für ein Eimer. Oh, Grazo. Sowas von Grazo. Wieso? Wieso? Wieso sehen die mich? Ich bin im Busch. Wieso sehen die mich? Okay, sie haben meine Fußspuren gesehen. Ach, die haben meine Fußspuren gesehen. Ich bin im Busch. Mann. Also manchmal. 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 Manchmal bin ich echt schwer von Begriff. Okay, da ist Wachhütte. Da komme ich also gar nicht rein. So. Du darfst da hin. Dann darfst du da runter jetzt. Hopp, 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 hopp. Komm, komm, komm. Na, wunderbar. Speichern. Na ja, gut. Versuch war's wert. Versuch war's wert. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? So, da könnte ich rein. Ah, da könnte ich rein. Könnte ich darüber. Da komme ich aber dann auch trotzdem nicht weiter. Und der schaut auch die ganze Zeit. Und der Strohhut sowieso. So. Ich glaube, wir gehen trotzdem da rein. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Ja, 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 ist ja gut. Weiter. So. Zack, zack. So, die Wache geht zurück. Die da unten kommen hoch. Die will ich, von denen will ich nicht gesehen werden. Eigentlich sollte ich mich dann in dem Gebüsch verstecken. So. Samurai. Ach, den gibt's ja auch noch. Den da unten gibt's ja auch noch. Oh, Mann. So, weiter. Ja, das ist total witzig. Ich hab da oben alles vorbereitet. Echt ganz penibelst. Jedes Detail vorbereitet. Oh, Mann, 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 Mann. Das wird wieder super. Nichts. 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 Ich glaube, ich hab mich da gerade in eine sehr mistliche Lage, Bredouille, was auch immer, manövriert, weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier wieder wegkomme. So. So. Ja. Irgendwie müsste ich's schaffen. Mit Mugen. Da, mit Mugen. Ich bin's. Ich bin's. Komm hier rein. Oh, Mann. Okay. Ah, ne, da komm ich halt nirgends raus. Ich würde nämlich ganz gerne mit dem Wagen da wieder zurück. Ist jetzt doof, jetzt müssen wir nämlich warten, bis der Wagen wieder oben ist. So. Ich würde eigentlich ganz gerne die Falle wieder mitnehmen. Wie gesagt, mit Mugen muss ich die Dinger einpacken, hoffen, dass die Zivilisten mich nicht sehen. Ja, das wird lustig. Ah, das ist gut. Aber ich meine, ich bin ja jetzt schon in einer etwas dämlich manövrierten Lage. Insofern wird schon gut gehen. So, du kannst weg. Du kannst weg. So, wir müssen jetzt leider auf den Wagen warten, das dauert jetzt halt ein bisschen. Ist ja nicht so, als ob wir sonst nichts zu tun hätten, ne? Ah, ja. Gut, gut. Ja, ja. So, so. Tralalalala. Also, die Mission möchte ich eigentlich schon gerne schaffen. Oh, Sirene. Hört man das eigentlich? Miau. So. Sau, sau, sau. Du, sau. Oh, in den Brunnen kann man sicher auch Leichen reinwerfen, ne? Um sie verschwinden zu lassen. So. Okay, der Wagen kommt. Das heißt, ich speichere mal. Dann und Seite brauche ich eigentlich auch nicht speichern. Nicht wegen des Wagens, aber ich mache es trotzdem mal. Einfach, weil ich so speichergeil bin. Boah, da geht mir voll ein Ab, wenn ich speichere. Halleluja. So. Dann düsen wir doch mal jetzt in diesen Wagen. Gut, und sind drin. Und dann... Ähm... Sollte es eigentlich weitergehen. So. Es würde schon viel helfen, wenn die beiden quasi einfach mal weg sind. Das würde schon einiges bringen. Wenn ich die beiden einfach wirklich weg habe. Das käst mich jetzt übrigens immer noch an. Dass ich gedacht habe, ich muss da nach oben fahren. Aber in Wirklichkeit komme ich da oben gar nicht rein. Ich muss halt wirklich da unten rein. Das ist jetzt schon ätzend, ganz ehrlich. Okay. 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 Also ich muss wirklich hier unten rein. Weil hier unten komme ich auf das Ding drauf und dann kann ich darüber hüpfen. Wahrscheinlich nicht mal da, sondern... Hier. Zack. Pam.